So, da bin ich schon wieder zurück. Also das Level klappt heute ganz gut. Bin jetzt Level 172, also heute 12 Level lang gemacht. Ich sage ja nebenbei, rette die Welt, laufen lassen. Es bringt halt schon ordentlich XP. Ich sage ja zwischendurch Gruppen, ach nicht Gruppen, Kai, ich sage schon kreativ. Also es gibt so ein, zwei Möglichkeiten, wie man schon gut leveln kann. Also wer in der Season nicht auf Level 200 kommt, da frage ich mich schon wirklich, was ist da verkehrt gelaufen? So, warte mal, wir gucken uns direkt mal den Skin an. Ich idiot habe nämlich, bin nicht auf Ausrüsten gegangen. Zielberat. Hallo, diese berühmten Anzeigefehler, ich hasse sie. Zack, damit ist das ihr vorletzter Stil. Ja, ist okay, aber ganz ehrlich, gefällt mir persönlich von denen, die drin sind, für, ja. Ja, das ist wirklich Geschmackssache. Also da gefällt mir der Skin schon, von der Seite her würde ich sagen, gefällt mir der Skin echt am besten. Hier ist okay. Hier sieht einfach aus wie ein 0815 Skin in meinen Augen. Ja, das Goldene hier, da passt irgendwie überhaupt nicht. Bei ihr, ja, ist okay, aber ich sage ja, die Comic-Style, naja. So, ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen Spaß bei Leveln. Denkt dran, wenn ihr Rettet die Welt habt, einiges ist da möglich. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch noch viel Spaß und haut rein. Wenn ich的나 Freude habe, dann bin ich eine distractions channel, mich extraordinary. wenn wir das nicht ein in der Sitte, Und wenn du das nadal einstellt,